Moin Leute, da bin ich mal wieder, euer Kuno, yeah, und wir spielen mal wieder Cities Skylines zur zweiten Folge heute. Ich hatte, glaube ich, nur ein bisschen weiter gemacht, dass wir noch ein paar Einwohner dazu bekommen, aber viel mehr habe ich nicht gemacht. Ja, schauen wir erstmal, wie es hier aussieht im Augenblick. Ja, Getummel hört man schon. Oh, da kriegt einer einen Anruf. Hier bümmelt eben. Ja, so sieht es im Augenblick aus hier. So, und wir brauchen, glaube ich, noch wieder Straßen, Wohnungen und Gewerbegebiete. Das wird unsere Aufgabe heute sein. Wieder mal, was wir hier denn bauen. So, schalten wir mal um. So, dann geht's los. Viel Spaß. Jetzt schauen wir mal, was wir zuerst brauchen. Gewerbegebiet. Okay. Dann machen wir mal ein bisschen Gewerbegebiet. Gucken wir mal, wo was hinpassen könnte. An Gewerbegebiet. Ich würde sagen, hier vorne an der Hauptstraße noch mal ein bisschen was vielleicht. Ja, genau. Das war Gewerbegebiet. Zack. Und zack. Genau. So machen wir das. Und wir machen noch erstmal kurz Stopp. Nicht, dass die da anfangen zu bauen und beschweren sich dann wieder, dass die dort ihre Häuser weggerissen bekommen. Das wollen wir ja nicht. Deswegen drücken wir jetzt erstmal auf Stopp. Und wir ziehen erstmal hier eine kleine Straße rein. Ja, so könnte das was werden, glaube ich. Genau, bis dahin. Okay, gut. Schauen wir mal bis hier, glaube ich. So. Oh, da beschweren sie sich schon. Und wir gehen hier hoch. Genau. Gewerbegebiet ist noch die Nachfrage. Also machen wir erstmal hier noch ein bisschen Gewerbegebiet. Zack. Zack. Und zack. So. Nun lassen wir es mal wieder weiterlaufen. Wir können sie bauen. Ach, wir müssen auch mal nach Strom gucken. Äh, ja. Wenn die jetzt hier bauen, wird das hier mehr. Äh, Wasser. Wasser ist genügend. Okay. Das ist gut. So, jetzt müssen wir uns nochmal ein bisschen hier um, um das Wohngebiet hier kümmern, glaube ich. Ja. Ist das denn hier jetzt schon verbunden? Ja. Ja, ist. Also heißt, wir können hier schon mal die ersten, äh, Strommasten kappen. Mal sehen, ob das jetzt nicht ein Fehler ist. Äh, bis jetzt beschwert sich noch keiner. Also können wir die auch weg hier nehmen. Da. Muss ich jetzt mal hier nach gucken. Ja, hier können wir wegnehmen. Okay. Und dann auch. Das muss noch bleiben, hier die Verbindung. Hier ist noch nichts. Die dürfen wir nicht köppen. So. Jetzt schauen wir nochmal nach den Straßen. Hier können wir nach Gewerbe hin klatschen. Genau. Aber hier brauchen wir jetzt noch Wohnungen. Der drehen wir uns jetzt erstmal nochmal. Soll ich das ein bisschen besser im Blick habe hier. Und vielleicht ein bisschen dichter ran. So. So. So vielleicht. Ähm. Das war so. Ja, ich habe schon länger nicht mehr gespielt durch meinen... Äh. Wie war denn das? Äh? Wie war das denn? Bin ich schon so vergesslich? Alzheimer lässt grüßen, Leute. Das war das. Ich konnte doch irgendwo noch die Neigung verstellen. Hm. Äh. Nichtsdestotrotz. Wir müssen jetzt erstmal weitermachen. Muss ich erstmal nochmal wieder rausfinden hier. Das habe ich echt vergessen hier. Ich kann so drehen. So seitlich. Drehen. Um nach unten. Und runter. Aber es war doch noch irgendwo. Ich will jetzt hier nichts verkehrtes drücken. Mal gucken. Ah. 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 Alles klar, Leute. Gut. Jetzt halten wir das nochmal kurz an. Dass sie sich ja nicht beschweren. Wenn wir jetzt hier eine Straße reinziehen. Und zwar verlängern wir erst erstmal diese Straße hier. Bis hier. Und gucken mal, wo wir jetzt hier ankommen. Und verbinden die. Und verbinden die. So. Und dann brauchen wir ja hier in drinnen noch. Ein bisschen. Wie machen wir denn das? Wir gehen am besten von hier. So hoch. Der geht weg. Ne. Muss man nur bis dahin gehen. Und gehen vielleicht. Bis dahin. Na der eine da. Das macht jetzt nichts. Und gehen hier wieder raus. So. Und hier. Setzen wir noch kleine Straßen rein. Die kleinen habe ich an. Genau. Und gehen nur bis hier. Und hier machen wir das genauso. Zack. Und dann haben wir noch eine. Der ist nicht richtig. Hier müssen wir weiter rüber. So. Genau. Okay. Dann lassen wir es erstmal wieder weiterlaufen. Und hier brauchen wir jetzt Wohnungen. Dann können wir erstmal nur noch die nehmen. Erstmal umschalten hier. Das ist mir ein bisschen zu groß, glaube ich. Das ist mir ein bisschen zu groß, glaube ich. Das ist mir ein bisschen zu groß, glaube ich. Das ist mir ein bisschen zu groß. Dann nehmen wir das. Okay. Ja. Alles mit Wohnungen. Das brauchen wir. Wir brauchen erstmal kräftig Wohnungen. Zack. So. Okay. Dann halten wir das nochmal an. Und. Mal gucken, ob wir jetzt hier schon nochmal. Schulen. Brauchen. Bauen können. Mal gucken. Oh. Da ist ja alles noch rot. Was setzen wir das hin? Ach. Können wir noch gar nicht. Wir können noch gar keine Schule bauen. Das Geld ist, glaube ich, alle dafür. Zehntausend. Wir brauchen erst zehntausend. Wir haben knapp neun erst. Ja, dann müssen wir erst. Einwohner. Noch mehr haben. Okay. Lassen wir das erstmal noch laufen. Und wir schauen mal noch. Ob wir hier. Gewerbe hinbauen. Ja. Hier bauen wir noch Gewerbe hin. Das machen wir noch mit Gewerbe voll. So. Hier machen wir noch Industrie. Den Ecken auch hier Industrie. So. Das lassen wir noch. Vielleicht noch frei. Aber hier können wir schon. so. Und so. Das sieht doch gut aus. Gehen wir mal raus hier aus dem Modus. Und schauen mal. Wie es aussieht. Was sie bauen hier schon. Fleißig. So dicht da ran. Mal den Kameramodus mal nehmen. Ja, es gibt, glaube ich, noch ein Mod. Wo ich noch dichter rankomme. Und weiter runter. Da kann man das, glaube ich, noch ein bisschen besser beobachten. Aber schauen wir mal. Oh. Das sieht irgendwie aus wie. Nach einem. Autohaus vielleicht. Weil hier oben ein Auto drauf ist. Gucken wir mal. Was haben wir hier noch alles Schönes? Hier ist wieder ein Schnellimbiss. Oh, hier wird wieder was. Ah. Verkehrt. Die drückt. Hier wird wieder was gebaut. Oh. Ganz toll. Zack. Und weg ist es. Ein Bürgerlan. Oh. Für mich ein Bürgerlan. Ein Schnellimbiss. Ein Bürger. Für Bürgeressen. Ach ne. Eine Markthalle. Da gibt es bestimmt Bürger mit drin. Ah ja. Gut. Hier ist noch einer davon. Der gleiche. Aber hier haben wir einen. Bürgerlan. Oh. Guck mal. Da kommt schon einer an. Ey. Der hört wieder ab mit dem Hotdog oben drauf. So what. Okay. Schauen wir mal schnell noch rüber zum Industriebeet. Ob sie hier bauen. Ja. Das sieht gut aus. Fantastisch. Ja. Super. So. Okay. Leute. Ja. Das war es dann erstmal wieder. Hier von Cityline. Vielen Dank wieder fürs Reinschauen. Sag ich. Na. Ihr könnt ja mal wieder ein paar Kommentare da lassen. Vielleicht ein Däumchen nach oben. Braucht er nicht. Könnt er. Na. So wie ihr möchtet. Da tue ich ja nicht betteln. Ja. Und dann sage ich schon mal. Bis zum nächsten Mal. Euer Kuno. Schaui. 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 Schaui.